Moment, was ist passiert? Beginnen wir von vorne. Alina war schon ewig nicht mehr shoppen. Komisch, irgendwie hatte sie das anders in Erinnerung. Alina möchte gerne mehr zu den Produkten wissen, aber die Verkäuferin kann ihre Fragen nicht beantworten. Sie versucht es im nächsten Geschäft, aber hier sind die Verkäufer mit anderen Kunden beschäftigt. Dann muss sie es wohl im Internet probieren. Aber Stefan gibt mit seinem Laden nicht auf. Er will Shopping wieder zu einem Erlebnis machen. Deshalb hat er sich ein Skit Terminal besorgt. Das Terminal erkennt Produkte und liefert alle wichtigen Informationen. Keine Angst, die Daten bleiben, wo sie sind und landen nicht in einer Cloud. Dank Skit hat Stefan nun einen Spickzettel, um Kunden besser zu beraten. Sie können sich die Kunden selbst informieren. Nicht nur Stefans Kunden sind glücklich, sondern auch Stefan selbst, denn sein Umsatz ist gestiegen. Auch Alina geht wieder gerne vor Ort shoppen. Lernen Sie, wie Skit wieder mehr Leben in ihren Laden bringt. Jetzt Skit persönlich kennenlernen.